Ich bin der Mea Philipp, komme aus Vellkirch, bin 21 Jahre alt. Ich würde gerne arbeiten, aber es glaubte keiner, weil es doch keiner gerne kann. Vorher gehe ich auch gerne zu meinem Leben, das könnte ich nicht leben. Wenn ich gearbeitet habe. Zigaretten. Auf meiner Schwester. Einkaufen. Sex. Braunhaarig. Braun. Gross. Na. Nase. Ich bin weiß. Wenn ich wiederkomme und mir das Playback singe. Etwas trinke. Simson. Alles. Röhe. 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 Röhe.